Sonnenaufgang hier über dem Karpfenpuff und wir schauen einfach mal was jetzt zurzeit am Karpfenpuff so läuft und zwar an einer etwas anderen Stelle als in den letzten Wochen gewohnt. Also ich befinde mich hier auf 5424 und 5424 ist relativ weit unten auf der Map und man kann hier in diesem Bereich hier der zwei Meter tief ist ganz gut rein werfen und man kann das auch an so einer Stelle hier weil man sieht das ist so ein bisschen markiert da wo dieser Baumstamm ist hier kann das so ein bisschen festmachen und sich daran sehr gut orientieren das ist von hier aus sind das rund 30 Meter vielleicht 33 35 Meter entfernt das heißt mit einem Clip von ich habe jetzt in diesem Fall mal 33 Meter gemacht erreicht man da hinten diese Stelle sehr gut die Montage die Montage ist wie folgt zusammengebaut und zwar gehen wir mit nicht mit der Kartoffel mit dem Käse auf die Barbe Käseköder einen relativ kleinen Haken verwenden wir hier jetzt ein Vierer Haken man kann aber auch bis zu einem Zweier Haken hochgehen da ich zurzeit noch eine ziemlich dicke Schnur drauf habe nutze ich hier jetzt einen 13,8 der Fluorocarbon Vorfach um nochmal deutlich kleiner ranzugehen als Futter verwende ich das Standard Barbenfutter was man standardmäßig herstellen kann das auf einem auf einem Futterkorb und wie gesagt dann einfach raus damit auf 33 bis 35 Meter geklippt und dann heißt es jetzt ein wenig warten wir waren gerade noch hier in einem großen Turnier mit rund 200 Mitspielern haben wir hier geangelt die Barbe war das Ziel und da hat sich dieser Spot hier quasi herauskristallisiert als sehr gut funktionierend bis hin zu den Trophy Barben die hier gezogen worden sind war das wirklich ein ganz guter Spot Hauptköder oder der fängigste Köder war tatsächlich der Käsewürfel als Köder in den letzten Wochen hat man immer mal wieder gesehen dass auch so was wie Gewürzmischung also Gewürzboilie funktioniert hat oder auch ein Tauwurm funktioniert hat die haben sich jetzt hier im Turnier nicht bestätigt diese Köder Gucken wir mal geht so ein bisschen sogar in die Bremse mal gucken was es ist was sich allerdings auch noch bestätigt hat war eine Vermutung dass es so ein bisschen zeitlich jawohl ein bisschen zeitlich abhängig ist 2,5 Kilo wieder schön sehr gut schöner Fisch zeitlich sehr wichtig ist oder die Uhrzeit sehr wichtig ist und zwar haben sich die Barben deutlich besser fangen lassen in der Uhrzeit ja jetzt so von ungefähr 7 Uhr morgens bis sagen wir mal ungefähr 10 Uhr danach dümpelte es so ein wenig hin und dann ging es los abends so gegen 18 Uhr da ging das richtig gut los da hatte ich jetzt hier gerade schon die die ersten gefangen und dann in der Nacht war einfach mal Pause und ich glaube um den Spot hier richtig effektiv nutzen zu können würde ich in der nächsten Nacht einfach mal eine andere Köder wieder dran machen ich glaube es lohnt sich nicht hier kontinuierlich einfach dann die ganze die ganze Nacht hier rum zu sitzen und wenig bis nichts zu fangen das macht glaube ich nicht so wirklich viel Sinn dann einfach wieder gucken auf die Uhr achten und es war beim letzten mal wieder so ungefähr gegen sieben Uhr ging es los sieben Uhr bis ja bis ungefähr zehn Uhr und abends also diese Abendstunden das war von ungefähr 18 Uhr bis rund sagen wir mal so rund 23 Uhr wo es dann auf einmal dunkel wurde spätestens 12 Uhr war auch völlig vorbei mit den Barben also einfach diese beiden Zeiten ein bisschen im Blick behalten wenn ihr vielleicht gerade in dem Moment hier am Karpfenpuff hier am Karpfensee angekommen seid und ihr noch nicht genau wisst was ihr machen wollt dann vielleicht einfach hier bei 54 24 direkt mal den Käse rauswerfen 33 35 Meter Clip da hinten zu dem Baum zu dem abgestorbenen Baumstamm und dann einfach schon mal die ersten paar Barben ziehen so was haben wir denn jetzt da dran gucken mal das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus die Bremsen gerade mal alle ein bisschen runter gestellt und ja sehr gut und was ich auch gemacht habe nachdem ich gerade nachdem ich gerade drei kleine Baben gefangen habe direkt in Reihenfolge hier 1-2 Minutentakt von unter einem Kilo habe ich jetzt gerade mal die Hakengröße komplett auf 4,0 gemacht maximal riesen Haken dran gemacht und das Ergebnis war jetzt gerade immerhin 2,8 Kilo und da geht noch mal einer rein das ist auch gut hier was haben wir denn da sehr gut und 1,8 Kilo leider nicht maßig na was haben wir denn da schönes im Idealfall eine Barbe und nicht ein Amur oh ja das ist doch schön das ist doch schön 4,4 Kilo so können wir nochmal ein Küsschen geben Barbe richtig richtig gut also ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiter angeln einkeschern aber wir haben es jetzt 1 Uhr schon bald es wird es wird komm ich teste noch ein bisschen aber es eigentlich ist jetzt schon ist jetzt schon das höchste der Gefühle gewesen aber sehr schön also um diese späte Uhrzeit sozusagen nochmal eine Barbe wie gesagt ab und zu am Tag beißen auch noch die Barben ab und zu nicht so schön wie in den frühen Morgenstunden ich habe ein wenig das Gefühl dass man mit einem riesengroßen Haken einfach etwas größere Fische fängt und daher werde ich das auch mit dem riesengroßen 4,0 Haken weiter probieren und ich bin ganz gespannt gerade auch in den Abendstunden hin waren die Fische auch nochmal größer das heißt jetzt gleich riesengroßer Haken plus Abendstunden muss einfach funktionieren geht nicht anders schreib es doch mal unten in die Kommentare ob das bei dir funktioniert hat in den Abendstunden oder in welcher Zeit bei dir die Barben am besten gebissen haben das Schöne ist auch für Anfänger oder für Leute mit nicht ganz so hartem Equip ist das was mit den Barben das heißt wenn ihr ein bisschen Angst habt vor dem Karpfenpuff und sagt nachher reißt mir hier was ab so ganz tragisch wird das nicht Bremse immer schön weit nach unten drehen und wenn ihr merkt da ist irgendwas riesengroßes dran Next da ist was riesengroßes dran was ich nicht beherrsche einfach den Bügel aufklappen und den Fisch ausschlitzen lassen die Fische die hauen schon ab nach einer Zeit es kommen noch ein paar kleine Barben nicht schlecht nicht schlecht ist auch noch was dran aber sehr klein ja also so sieht es aus ich werde hier in den nächsten Tagen auf jeden Fall nochmal fleißig Barben angeln und bin echt gespannt was du hier auch rausziehst und ja mir fehlt meine Trophy Barbe noch ich hoffe da geht was ich werde in den nächsten Tagen auch hier diese diese Schilfbänke auch nochmal austesten hier ein paar Köder hinlegen und auch hier ins Gras zum Beispiel auch noch was hinlegen also den ganzen Bereich weiträumig ausprobieren und weiträumig testen wenn dir das Video gefallen hat und geholfen hat lass doch einen Daumen nach oben da für das Video und im Idealfall abonniere doch den Kanal dann weiß ich alles klar weitermachen das Video war hilfreich ja wir sehen uns dann im nächsten Video wieder oder im Livestream auf Twitch FeiernTV auf Twitch Dankeschön fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal Tschüss bis zum nächsten Mal